Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Äh, der ist uns in den Bergland. Bin ja auf dem Weg mit den Obstkisten zu den Obstbäumen. Habt's gedacht, woher sonst? Hoffen wir, dass ich genug dabei habe. Ich glaube, 18 Stück habe ich das. Wollte für neun Bäume reichen, nicht schweißer. Muss er halt. Jedenfalls werde ich das mal probieren, einfach nur den dran zu fahren. Und dann zu befüllen. Ja, ich kürze es jetzt mal ab. Und da ist man zu fahren. So, warum haben wir es ja noch bespullen. Hi. Oh Gott. Sind ja mit den Äpfeln drüber. Hey. Geht in, warte hin. Ah, fehlt noch eine Kiste. Hey, komm. Den haben wir schon. Da fehlt. Das ist machbar hin. Ah. Alter, okay. Ähm, ist wieder erträgen? Hä? Da ist er weg. Der ist weg. Da ist er weg. Da ist er weg. Ah, okay. Das muss ich wenigstens gut aufpassen. wird davon zu dem ich gegen ihn zu eine gefühlt Prozent war drei Kisten gespürt der ist voll Hallo. Ne, wie ich's gehetzt. Hä? Ah! Boah. Da wurde raus passiert. War der so nicht schwoll oder so? Ja. Jetzt ist er voll. Okay. Dann, ich seh nix. Da oben noch ein. Äh, das ist hier und so. Hä? Hallo? Da oben noch ein. Oh. Hier würde ich schwimmen. Boah, take. Okay. Ah, okay. Ja, das ist großartig. Ah, wunderbar. Ja. Jetzt haben wir da ja. Ja, dann hier wieder. Wir sehen uns in der Gäste. Wir sehen uns. Es ist kein Kurs, gehen uns. Ja Kiste Nummer 1 Kiste Nummer 2 hier noch zuerst ich habe auch wieder da gekäst ich bin doch jetzt schon was sind das für die Tür Geht das nicht Hallo Einfach an den Lappen Er ist befüllt Alter Leut Warum denn nicht Ohm schon Gott Ich war damals mal ein Krieger vielleicht Ich war wirklich Bangu da entfernen Hä Hä Jetzt Wirklich mal gucken mit Uber11 Ich werde jetzt einsammeln Zumindest eins So haben wir hier noch Hier noch ein paar Ah Ich werde jetzt Wirklich Ja Ich werde jetzt Ich werde jetzt Ah, okay. So, ich habe noch eine Frage. Wie ist das? Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja! Wieso die? Ja, ja, ja. Oh, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Ja, da hat ein anderer geschehen. Ach. Da hängen noch hier, da hängen noch hier. Da hängen noch hier. Da steht das auf der Küche. Da hängen noch hier. Ich bin nicht. Ha? Ah ja. Ja, was hin machen wir denn? Ich weiß wo ich auch mal wo. Ja, ne, wir lekt hier. Bisschen. Die unterste Kiste natürlich. Gedacht. Gedacht. So. Noch welche frei? Äh. Zwei. Ja. Da. Äh. Das ist schon aufgestellt hier. Aufgeladen. Aber das ist die weite Braum ist hier wieder voll. Dass ich jetzt jeden Tag hier rennen muss. Le �arlie. Äh. Wir machen uns noch mal. Ich rufe es aus wie ich das mache. Ach, ich rufe es. Ich rufe es. Ich rufe es. Wir machen uns da. Wir haben uns da. Wir haben uns da. Wir wollen uns zu dem. auch noch einen. Sollen wir auch noch ein Bier brauchen. Ja, das war's. Aber keine Kisten mehr. Warte mal. Warte mal. Wie wollen wir das 1? 2 Warte mal. Lass die Egoisten liegen. Und Regel Nummer 8. Ganz egal was du machst. Dein Hobby ist dein Leben. Warte mal. Okay. Eins. Zwei. Genau. Bei Bäumen ist das 4 Kisten. Du mit dir hast man zum Hof jetzt. Du wirst nicht. Du wirst nicht. Du wirst nicht mal ein U11er. Aber es wird nicht einiges sein. Jetzt hab ich noch keinen Plan. Oh, die Maschinen herrschen. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hupsam. Oh, die Maschinen herrschen. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Der ist jetzt schon ein kleines Haus. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ein bisschen zu groß. Ah, ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. es ist eine ganz kleine es verkehrt warte mal probier jetzt mal was durch gleich komplett gut aussehen aber man kann es an jede verkauung er kennt er sieht komplett geklappt aus die rücklein der system weiß ich gar nicht die gab aber auch so treffe nur mal so ein taste ja gut ich brauche meine kleine schmerz dann sehen wir uns nächste folge wieder also drück zu schauen tschüss